Hallo und Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Fly 4 Fun. Gleich mit meinem Vorhause ist in dieser Aufnahme-Session leider einige schief gelaufen, und zwar habe ich beim importieren aus Versehen die Hälfte der aufgenommenen Dateien gelöscht, und inklusive unserer Commentary-Sound-Date, die bei Outer City aufgenommen wurde, musste das dann mit dem Programm Fly Will Carry alles wieder herstellen, und daher gibt es hin und wieder ein paar kleine Fades, Asynchronitäten, teilweise stand das Videobildwerk und so weiter. Ich habe das dann aber teilweise so wirklich zusammengestellt und gerendert, dass es so synchron und normal dargestellt wird wie möglich. Am Ende fehlt leider auch noch etwas, aber es werdet ihr dann noch bemerken. Auf jeden Fall hoffe ich, ich schaue euch die Folgen trotzdem an, auch wenn es ein bisschen asynchron und hin und wieder der Videodingsbums fehlt. Auf jeden Fall danke für euer Verständnis, ich bin halt dumm und losch. Einfach mal so die Dateien, die wir aufgenommen haben, passiert jedem mal. Ich geb übrigens auch schon passiert. Ich dachte mir damals, wie kann man so dumm sein, und jetzt ist es mir passiert, wie ironisch. Auf jeden Fall danke für euer Verständnis, nun viel Spaß mit der Folge, und ja, ich werde euch jetzt weiter stören, und... Ja, die Folge beginnt genau... Jetzt! Was ist... Hey, zusammen! Und herzlich willkommen zurück bei Les Plif Plif. Ja, ich habe gerade ein kleines Krebsgefühl neben mir bekommen, und zwar ist der liebe Erik da. Grüß Gott. Der deutsche Erik! Hallo. Und der würde mich jetzt ein bisschen nerven. Und warum folgt die Schlampe wieder nicht? Ich meine, äh, das ist die, die Frau. Ja, die Frau. Die muss ja Emanzipation. Ähm, oh, Zotolo, Filder! Tee? Verdammt, nicht Tee, ich will immer in Minecraft treiben. Wie heißt der? Jetzt ist der Name weg. Oh, ey. Akrabot. Akrabot. Ey, ganz, äh. What the fuck? Ich verstehe dich, Fliff. Ich, ich verstehe dich, dass ich jetzt wieder, äh, in der Stadt bin. Das ist total legitim und... Top-Kick. Was? Dann lauf mal wieder zurück. Und nein, das mache ich nicht aufs Spiel, weil ich zu v-bin. Und nicht zu v-bin. Nur weil ich einfach da nicht so viel aufs Spiel machen will. So, und wieder zum Party-Chat. Ich kann nicht mehr schreiben. Ich bin unfähig. Gell, Erik? Du bist auch unfähig. Warte mal, Mama. Hier mal kurz. Tschüssi. Oh, meine Aktie ist weg. Ich will nicht in deine Gilde. Fick dich. Ich will nicht in deine Gilde. Was will der von mir? Was, was, was will der von mir? Was, was, was ist los mit dem? Ich würde es kein weiter aufnehmen, ja? Was ist das für eine Waffe? Die kenne ich gar nicht. Kann ich mir die angucken? Nein, nicht folgen. Nee, KZ für eine Gilde. That's right. Und jetzt? Lass mich in Ruhe. Der bin ich nämlich vorher schon eingeladen. Geh weg. Geh weg. Zombie. Der B obachtet mich. Zombie. Zombie? Ja, ich nenne ihn auch immer Zombie. Irgendwie Folgewunder als Sache. Zombie. Party Level. Wer ist denn niedrigstellt? Alter, ich muss das Spiel wieder spielen, ohne Scheiß. Ja, Erik ist süchtig danach. Aber ich muss wieder anfangen. Das ist einfach. Aber Erinnerungen und Pool. Jetzt habe ich vergessen die Quest. Ich bin ja noch gar nicht, glaube ich, mit 19, oder? Nein. Das bist du eigentlich. Es ist. Okay. Danke für die epischen Geräusche. Wir werden auch nachher noch Reim an Origins zu zweit aufnehmen. Der kann er auf der Tastatur und ich am Gamepad zocken. Das wird witzig. Ich spiele am Gamepad. Du an der Tastatur. Das ist mein Projekt. Du bist näher an der Tastatur. Und der Tastatur ist geil. Jetzt hat er mich gekickt. Nur weil ich Türke, äh, schwarz, äh, Schwabe bin. Nur weil ich schwabe. Der hat mich gekickt. Wo steht das? Da steht gerade, du hast die Party verlassen. Nein, da steht dein Party. Dann wird es gestiegen. Ich bin doch nicht, wenn ich drin wäre, wäre ich grün. Dann wäre mein Name grün. Das Geräusch war gemisch. Ja. Dann gehe ich wieder zurück zum Schauz. Zu, 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 zu. Du dich baffern. Ich habe doch eine Bufferin. Okay. Guck dich doch auch da, da auf dem zweiten Bildschirm. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie das Niveau gleich wieder sinkt, wenn du kommst. Es sinkt, es sinkt ein Lied. Ich bin nicht zu zweit. Nein, ich bin alleine, weil ich keine Freunde habe, weil ich ein Camer bin. Wir müssen, falls wir heute Abend übernachten dürfen, das Spiel spielen. Ich kann es. Ne. Übrigens, irgendwie ist mein Internet gerade im Arsch. Guck mal. Ne. Hier. Total logisch, dass es für ein 1 GB Video 4 Stunden braucht. Muss nachher mal ein Internet neu starten, aber das kann ich. Ich bin höflich und rede mit dem Menschen, wenn sie mich anschreiben. Und schreckt ein bisschen Aufnahme, wir machen Werbung für unseren Kanal. Okay. Ich stehe überhaupt noch da. Weißt du, nee, tschüss. Ja, genau so eine ist das. Glaube ich überhaupt richtig? Ich muss was essen. Das ist nicht mein Kraft. Da hat man keinen Hunger. Ich habe verletzt. Ja. Ich esse nicht. Ich laufe völlig falsch. Du leckst mich voll ab. Du leckst mich immer ab. Oh, ob die Korallen in sie war. Ja, super, danke. Oh, das war eine schöne Nacht. Jetzt nicht das, was ihr denkt. Wie sieht das alles aus? Oh, wo witzig, der Korallen in sie war. Das hört sich voll falsch an. Das sieht sich total falsch. Na ja. La 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 la. Der blöde Skillkreis. Sie haben ja schon immer Kast. Welches Skillkreis? Rechts. Ja, da rein. Der ist cool, wenn ich AOE kann, kommt erst mal alles AOE. Aber das kann ich ein voll spät hier. Burs krack. Oh, so sieht das ja nochmal aus. Ja, sieht das alles anders neu aus. Ja, neu, anders neu. Ich kann noch mit Level 18 schon was killen, oder? Nein, das wollen sie. Das brauche ich ja nicht. Ich habe ja Buffs. Ich weiß nur immer. Ich bin gleich ein Level ab. Wenn ich noch ein Level ab bin, kann ich meine neue Sachen kaufen. Ja. Oh, Badocky Style. Das ist doch ein Blade. Ne, das ist auch ne. Schwul. Insider. Ach, ja. Der Insider. Ne, ich darf nicht verraten, wo der herkommt. Den kennt ihr es bestimmt einer unter euch. Und wenn du ihn kennst, schreib unten einen Kommentar. Was am Geilten ist, ich mach grad mit meiner Hand. Abnormale Gesten, aber das kann ich keine Sau sehen. Aber ich mach's trotzdem. Übrigens. Ne, das Bumper. Wann ungefähr kommt das Video raus? Wann ungefähr? Das Video. Äh, wir sind bei einer halben Stunde. Ich kann dir das genaue Release-Datum ganz schnell sagen. Wir machen gleich weiter. Wir haben kurz technische Schwierigkeiten. Ohne Nachricht. Von wem? Hatte ich Dinger angeschrieben? Mach mal nach, ja. Das passt jetzt nicht in die Aufnahme. Wir sind Partner, ne? Ja, jeder kann Partner sein, aber egal. Guck mal. Patrick, voll, voll. Freu dich auf das bald startende SimCity. Let's Play am 1. April und fußt nur auf unserem Kanal. Timber, uh. Übrigens, ich krieg kein SimCity. No. Äh, diese Folge kommt am 30. März um 21.30 Uhr. 30. März, halt. Und wie ne Woche. Ja. Um genau zu sein. Soll ich dann sagen, dass ich irgendwann demnächst vielleicht mal rumkack? Einen Stream mach. Einen Stream? Einen Stream vielleicht. Einen Stripti? Einen Stripti-Stream. Oh, jetzt muss der auch noch gefuckt, äh, gebufft werden. Buff den mit der 2. Und mit der 4. Und folgt dem Heiden wieder. Oh, ich schiebe auch. Ich weiß noch, wie geil das immer war. Weißt du, wie ich's doch voll. Also ich erzähl dir schon mal. Er immer, welches Level bestimmt noch irgendwas mit? 78 glaube. 76. Ja, ähm. Auf jeden Fall. Warst du noch mal so? Hab ja, ich hoffe, ich hab mir mitbekommen, dass mich eine letzte Aufnahme-Session in Fliff angeschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich mich mit Gameplays auskennen, weil der möchte im nächsten Mal so gesehen eine Vorstellung oder mal ein Video von dem Server machen. Da kommt dann eventuell mal ein Special, wenn ich mit dem nochmal schreibe. Das ist jetzt kein Versprechen, das ist eine Vermutung, nicht, dass die jetzt alle denkt, Oh, Fliff Special. Ja, Porno. Ja, Porno. Oh, okay, okay. Ach, ja. Heil. Hallo, Heil. Hallo, Heil. Hallo, Heil. Hallo, Heil. Ich denke, ich. Pass auf. YOLO. Ah, das stimmt. Der ist für Swag. Pass auf. Swag? Du bist ein Swag, ey. Das ist. Was ist denn, was ist denn, was heißt you win? Ehrlich gesagt, wir müssen das Auto hin, was ich weiß, hätte ich gesagt. Soda. Soda. Soda, ich bin. Penya. Ich bin ja YouTube, ich bin ja Geldgeil oder wir sind YouTube-Wesen. Ja, komm halt, der ist jetzt droben. Wie heißt der, der, der gilt die Geiste verbringen? Ja. Okay, die Gilde muss ich auch. Party sucht Föller aller Haut. Das hätte ich hier bitte mal lesen können. Schreckstrich ist jetzt wieder weg. Wie heißt der? Der wird halt geschlagen und ich. Den kenne ich sogar noch. Prototype. Hey, kannst du mich immer das gleiche schreiben? Blablabla. 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 Es glaubt mich ein. Du hast da was mitten im Bild. Was? Es kommt, wenn er mich innerhalb von... Der kriegt es unglaublich viel damit sein. Dein Neid. Mh. Eins. Eins. Miss. Eins. Ich warte noch genau. 146, was ist das? Er kriegt 146 Schaden. Ach, das kriegen glaube ich die. Opa des bösen Neids. Das ist Opa des bösen Neids. Ja, mir geht's gut. Der geht's gut. Ich hab gerade irgendwas mit alles D gelesen. Das stimmt. Da gibt's ja ein Zeit. Das heißt wirklich... Ja. Das will ich ja. Das hat bestimmt besondere Auswirkungen. Wir haben schon 10 Golden Wings. Irgendwie erinnert mich das Wort Golden Wings an die Beatles. Ich weiß nicht warum. Ach ja. Wind of Change. Das hat was mit Wings zu tun. Das hört sich so ähnlich an. Du musst ein bisschen lauter sprechen. Kannst hier oben in our city auch gut sehen? Ja, total. Ja. Ich hab halt so Flipped. Ich brauch ich einen dritten Bild schon. Nein. Ich werde mir wegen Flipped keinen... Ey, such der wieder! Ich werde mir wegen... Ey, die Minecraft. Ey, das fühlst mir das so an, dass der Chat bei Minecraft auf Tee legt. Das gewünscht du dir so an. Hoho. Oh ja. Ach, seht. Ja. Der heißt gar nicht Prototype. Der heißt... D. 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 ist ein jetzt weiß ich auch warum nämlich nicht eingeladen weil er kann ich habe oder da acht die namen teilweise in dem game fast so was geht es echt und das passiert aber er kann weißt du diesmal zu fortzuschreiben die können einfach nur schreiben ich auch jetzt los mach ich will weiter töten ich hab doch so eine tötungslust eben nicht raus was ich bat ein bisschen nein das ist giftig er kann schon mal deine arm von meiner schulter tun das ist irgendwie voll und dann ich mache eine nase ach die farm für mich ab ja okay dann mach halt farm einfach sag aber die hat gerade auch die echt so eine russie wo liegt die geld rum aber so lange gestellt haben wir auch nicht die du was drei danke ach was heißt teil ja deine axt machst du glaubt nicht ein schlag ins baby instant markiert ist eigentlich jetzt ich will mir da die musik auf meinen media display von meinem dingsbums legen von meiner tastatur ab und die bildet und auch wenn ich da drauf legt guckte es was das könnte die frau nicht sehen weil das im moonwalker bildschirm die hatten doch die der macht mit ihr doch ist ein lober doch ist ein da kommt so die ganze klasse reinköpft im gangnam style was macht der lehrer handy rausholen hast du schon unserem Harlem Shake gesehen von unserer schule wo ich nicht dabei war muss ich nachher mal zeigen in der aufnahme ich muss gleich rülpsen nein doch nicht platzte voll rülpsen und da denke ich würde mich spielte ich dachte also gehen wir ja ja das war das gerade hast du nicht und ich so eric sich das so grad epic face ja ist okay warum kommt bei uns zwar deshalb kann die wohnen stadt verstehst du wahrscheinlich was weil ich mich schon mal so der pp genannt